Direkte darunter blockieren den Bau. Nee, nee, nee. So geht das hier aber nicht. Was ist hier los? Hör, im Grund wurde nichts produziert. Und cool. Aber schön, dass das Stadion so voll ist. Das freut mich echt. So, und schaue hier, das wird auch bald fertig. Der Flughafen und das Aerodrom. Ach komm, machen wir das gerade mal schnell. Das ist zwar teuer, aber was wir haben, haben wir. Diplomatieflügel, ja. First Class Tickets, ja. Und hier der Flughafen ist auch fast fertig. Ah, wir haben doch noch unser Zollamt. Da konnten wir doch... War das hier? Nee. Irgendwo war was, damit wir... Oh, Bibliothek. Mehr Forschungspunkte, bitte. Wo war denn das, dass wir Versicherungen... Das Gebäude produziert nichts. Weil wir keine Kohle haben. Wir brauchen Kohle. Und zwar dringendst. Uran brauchen wir noch nicht importieren, aber wir brauchen Kohle. Bergbau. Kohle. Da können ruhig vier Schiffe... Deswegen wird hier nichts an Autos produziert und so weiter. Das macht Sinn, weil unser Stahlwerk funktioniert ja auch nicht. Okay, das war mein Fehler. Das habe ich jetzt erst gesehen. So. Flughafen, der wird noch gebaut. Nee, irgendwo konnten wir Reiseversicherungen anbieten. Bei der Bank. Die ist hier. Und dann Reiseversicherung. Die Bank erzielt nämlich dann Einnahmen für Touristen. So, wunderbar. Das Hotel ist auch schon fertig. So, jetzt müssen wir hier die ganzen Attraktionen fertig werden. Zum Beispiel das Casino und der Nachtclub und das Kabarett. Dieser neue Flughafen in Tropico weckt schöne Erinnerungen. Ihr müsst wissen, dass ich ein stolzes Mitglied eines gewissen Klubs bin. Und da jetzt auch hier die zivile Luftfahrt zum Alltag gehört, worauf wartet ihr noch? Los, viel Spaß hoch über der Erde. Wir können uns in der Jolly Roger austauschen, wenn ihr zurück seid. Alles klar. So, ich mache jetzt mal noch ein paar Verordnungen an, dass wir mehr Touristen haben. Zum Beispiel hier Tourismuskampagne. Dazu kommt jetzt noch Drogenlegalisierung. Möchte ich einfach haben. 10.000 Medikamente exportieren wir. Kein Problem. Oh, hier kommen die ersten Flugzeuge. Sehr schön. Hui. Na, komm hier jetzt. Oh, das war aber Mau. An Touristen. Was frohen Mutes. Erreichen sie mehr als 50 Punkte bei allen Zufriedenheitswerten. Ja, gut. Und warum habe ich da nur 50% Zustimmung? Religion, Nahrung. So, sollen wir doch hier eine Polizeiwache hinbauen vielleicht? Noch ist es hier sicher. Ich weiß aber nicht, wie lange das hält. Zucht und Ordnung muss ja bekanntlich sein. Feuerwache. Wir können allgemein mal gucken, wie es hier um die Sicherheit steht. Das geht eigentlich. Hier ist aber ein bisschen nicht so sicher. Dann würde ich mal sagen, reißen wir mal hier die Plantage ab. Dann kann man hier ja immer noch Hydrokulturen hinbauen. So, dann baue ich hier eine Polizeiwache hin. Die hier mal für Recht und Ordnung sorgt. So. Das hier scheint ja heißes Pflaster zu sein. So, dann gucken wir mal hier bezüglich Hydrokulturen. Ja, können wir ja mal ein paar bauen mit Bananen. So, einmal. Dann bauen wir hier gleich noch eine hinten. So und so. Und hier haben wir ja auch Bananen. Dann reißen wir das auch mal ab. Und hier kein Platz mehr für produzierte Sachen. Die Maisplantage könnte man auch mal abreißen. Abreißen, abreißen. So, dann bauen wir hier noch Bananenhydrokulturen unter anderem hin. Warum kann ich das nicht bauen? Achso, hier so. Mais hätte ich gerne noch ein bisschen was. So, Hydrokultur. Mais. Bauen wir auch direkt zwei Stück noch hier hin. Ach, hier kommen wieder... Sind die Hotels hier jetzt mal voll? Ja, das nicht, aber das andere ja. Hier sind auch Besucher. Multiplex Kino bauen wir gerade auch mal fertig. Ah, hier, Touristen. Touristen, hey. Okay, die warten auf Abholung, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht sollten wir da mal ein... U-Bahn-Station hier hin bauen, einmal. Dazu kommt dann noch ein Parkplatz. Ich weiß nicht, ob hier jetzt so großartige Autos rauskommen. Die müssen ja alle abgeholt werden hier. Ach, ich kann den ganzen Tag am Strand ziehen. Mein, mein, mein Land kann euer Land schlafen. Meine Mama sagt, ihr seid arm. Boah. Ach, ich kann den ganzen Tag am Strand ziehen. Ich habe aber ganz schöne Sprüche hier drauf. Ich dachte, hier sei es ruhiger. Ach, ich kann den ganzen Tag am Strand bleiben. Ihr seid aber viele. Da können wir ja tatsächlich noch Wellnesshotels dabei bauen. Das werde ich jetzt auch machen. So, dann Tourismus. Wellnesshotel. Ich baue mal direkt noch eins. Dann baue mal die gerade mal schnell. Oh, das hier kann ich nicht schnell bauen. Aber dann haben die gleich auch alle mal hier Platz. Weil das ist, ja gut, das ist nicht voll. Aber sonst ist eigentlich fast alles voll. Ja, wunderbar. Hier wird alles besucht. Das Restaurant. All you can eat. Ja. Kindermenüs sowieso Casino. Reiche Touristen werden als bevorzugte Touristenklasse bevorzugt. Ja. Eigentlich können wir noch ein Casino bauen. Hm. Luxusunterhaltung. Und ein Drachenflugclub. Wäre eigentlich auch cool. Und ein Casino wollte ich noch. So, dann bauen wir hier noch diese Bacara-Tische. Dann passt das auch. So, ihr seid hier... Ah, die Medikamente hier werden weiterhin exportiert. Und wir haben eine Quest. Bauen Sie ein Stadion. Ja, gerne. Könnten wir eigentlich hier so... Zack. Ja, dass das Flugzeug den Kran ist. Alter, wie viele Leute hier stehen. Ich glaube, ich brauche hier mal ein Baubüro. Baubüro. Äh. Schnell bauen, bitte. Weil hier die Sachen müssen mal fertig werden. Voll, voll, voll. Auch voll. Also der Tourismus hier scheint sich gut zu entwickeln. Finde ich sehr schön. Hier das Stadion ist auch am Bauen. Präsident. Die Nationalisten sind stolzer als je zuvor. Drei kostenlose Polizeiwachen. Da mache ich doch mit. Polizeiwache. Da haben wir eine. Ähm. Ich würde hier gerne noch eine reindrücken irgendwo. Und hier. So. Bauen wir mal schnell. Dann kosten die eigentlich so viel, wie wenn ich sie normal gebaut hätte. So. Aber sonst geht es hier eigentlich so mit der Sicherheit. Für die Polizeiwoche ist gut dabei. Das sieht gut aus. Das hier sieht auch gut aus. Sehr schön. Alle machen hier Gewinne. Und das ist nicht zu knapp. Das Stadion ist fertig. Und ist voll. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. So. Und hier kommen schon wieder neue Touristen. So schnell kann ich die Hotels gar nicht bauen, ihr. Ich weiß gar nicht, was hier gerade noch gebaut wird. So. Zur Not kann ich hier noch eine Straße langziehen. Und hier noch mehr Hotels hin pflastern. Tourismus. Billig Hotel. Zwölf Familien. Bungalow. Eine Reiche. Blablabla. Sechs. Drei Kulturreisende. Bauen wir hier noch ein paar Billig Hotels hin. Achso, jetzt habe ich schon mein ganzes Geld wieder ausgegeben. Aber hier wird jetzt ein bisschen was exportiert. Und hier auch ein bisschen was, aber nicht so viel. So, produziert jetzt eigentlich hier unser Stahlwerk wieder was. Ja, Kohle. Wunderbar. Und dann müsste auch hier unser... ...Boxitstahl. Ja, Stahl brauchen wir ganz dringend. Durch die Versteuerung von legalen Drogen haben wir 6.990 Dollar erhalten. Naja, gut, das ist ein Anfang, ne? So, bauen wir hier noch ein bisschen Straße. Aber bis hierhin. Okay. Und das ist zwar jetzt nicht so schön mit den Hotels, wenn ich die hier hinsetze. Aber hier könnten wir noch was. Äh, ist halt die Frage, wenn ich... Äh, bauen wir hier auch noch so ein Billig Hotel hin. Gut. Die Hütten hier kommen mal weg. Es wäre cool, wenn hier mal was gebaut wird. Leute. Hier sollen ja auch Leute hinziehen. Weil ich glaube, wir haben im Moment auch Sefobdachlose 200. Ja. Und eine Quest haben wir wieder. Jetzt, da wir ein Stahl... Besitzen sie 10 Hotels. Ja gut, es kommt. 10 Hotels. Krass. Die müssen ja auch alle Gewinner abwerfen hier. So, das hier wird jetzt mal gebaut. Vernünftig. Weil meine Leute hier brauchen auch Platz zum Wohnen. Was wir eigentlich auch mal bauen könnten für reiche Bürger. Ähm. Modernes Apartmentgebäude. Am besten direkt 2. Aber jetzt ist die Frage, was haben wir denn noch an Strom? 14. Oh, 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 oh. Wir brauchen Strom. Infrastruktur. Dann bauen wir doch noch so ein geothermisches Kraftwerk. Oder machen wir direkt 2 draus. Die werden aber jetzt noch nicht direkt fertig. Naja gut. Nicht schlimm. Hier wird wieder was exportiert. Wieso? Ich bin doch Kohle. Die sollte doch im Eingang sein. Ihr macht mir Sachen hier. Ah, jetzt können wir die schnell fertig bauen. Schnell bauen. So, dann können wir hier noch das und das. Und dann haben wir schon wieder zu viel Geld ausgegeben. Dann machen wir hier das auch noch fertig. Und dann sollte hier doch jetzt bald wieder Strom produziert werden. Ich bin froh, es endlich in der... 30 Einwanderer nehmen wir. Na komm, produziert doch mal was. Fügbarer Strom immer noch nur 20. Ihr sollt doch Neues erzeugen hier. Gesamtverbrauch. Gesamter Strom. Dann wird das hier aber nicht so ordentlich aktualisiert. Erzeugt, erzeugt, erzeugt. Hm. Komisch, komisch. So, es werden die Häuser hier unten jetzt mal fertig. So, sieht gut aus. Wie viele Familien wohnen hier schon? Voll. Okay. So, Profit im Moment sehr gut. Hier auch, hier auch. Das Kreuzfahrtschiff sowieso. So, die sind dann auch bald fertig. Vielleicht müssen wir das einfach ein bisschen verschönern. Oder steht hier irgendwo, wovon das abhängt? Ah, steigt mit jedem Unterhaltungsgebäude in der Nähe. Dann, ähm, dann kommt hier noch ein Restaurant hin. Eine Taverne. Dann kommt hier noch hin, äh, ein Casino. Wenn ich dafür im Moment keinen Strom habe. Ähm. Museum. Für reiche Bürger und Touristen. Und ein Nachtclub kommt hier noch hin. So, und die sollten dann... Warum geht mein Hotel hier? Ach, hier. So, und die sollten dann fertig sein, bevor die Hotels fertig sind. So. Wir haben eben auch noch kein... Ich glaube, das ist ein Fehler mit dem Strom. Weil, wenn ihr mal guckt, 4000... ...sollten noch was überhaben, eigentlich. Wir haben ein paar Gastarbeiter hier. Ja, alles klar. Vielleicht baue ich hier auch noch so ein, äh... Na. Ein Gaskraftwerk hin. Und zwar ganz flott. So. Gasturbine. Okay. Erdgas im Ausgang. Jo. Passt. Und dann machen wir hier noch so eine Verbindung. Damit die wieder nicht so weit zu fahren haben. So. 4500. Gesamter...